Prinz William und Cate wollen Amerika von den Sussexes zurückerobern, indem sie das Wartespiel spielen. Kommentar, Harry und Meghan haben vielleicht das Rampenlicht erobert, aber William und Cate werden ihnen zeigen, was es wirklich bedeutet, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein. Während Harry und Meghan damit beschäftigt sind, in Kalifornien für Aufsehen zu sorgen, scheint das wahre Machtspiel hier in Großbritannien etwas leiser und viel anmutiger zu verlaufen. Prinz William und Prinzessin Cate sind bereit, ihren entfremdeten königlichen Verwandten eine Meisterklasse darin zu erteilen, wie man sich als König, als echter König, benimmt. Vergessen Sie die schlagzeilenträchtigen Interviews und Hochglanz-Specials auf Netflix, die Familie Wales begibt sich auf ein weitaus kalkulierteres Unterfangen, sie will den Ruf der königlichen Familie in den USA zurückgewinnen, indem sie das Wartespiel spielen. Aber anders als die Sass-Exes geht es bei William und Cate um dezente Eleganz, Pflichtbewusstsein und die Fähigkeit, Respekt zu erlangen, ohne dass es dafür Boulevardrama braucht. Der jüngste Schritt von William und Cate, ihre wohltätige Stiftung in den USA zu erweitern, komplett mit Marken und Patenten, ist mehr als nur ein kluges Geschäftsvorhaben. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass der Name Windsor immer noch Gewicht hat, großes Gewicht, wenn er mit ein wenig Klasse getragen wird. Nach der Seifenoper der Sass-Exes in den letzten Jahren, einer Zeit, in der die Monarchie unerbittlich unter die Lupe genommen wurde, wirken die Pläne von William und Cate, in die amerikanische Wohltätigkeitssphäre einzusteigen, wie die höfliche Antwort der Monarchie. Oder vielleicht ist es eher eine Erinnerung, während ein königliches Paar sich gerne von der Firma distanziert, trägt das andere still und erfolgreich die Fackel der Tradition und Pflicht weiter. Es geht jedoch nicht nur um das Image. William und Cate haben die psychische Gesundheit in den Mittelpunkt ihrer Wohltätigkeitsarbeit gestellt, ein Bereich, in dem sie sich mit den Sass-Exes überschneiden. Doch während Harrys und Meghans Vorgehen sich oft wie ein Kreuzzug der Promis anfühlt, wurzelt das von William und Cate in etwas, das die Monarchie schon lange verstanden hat, ruhiges, beharrliches und sinnvolles Handeln. Es ist ein Ethos, das nicht im Rampenlicht stehen muss, um zu glänzen.Außerdem gibt es ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt, das nicht ignoriert werden kann. Nach einer zermürbenden Genesung von einer Krebsbehandlung sendet Cates Rückkehr ins öffentliche Leben eine Botschaft der Widerstandskraft aus, die beim amerikanischen Publikum wahrscheinlich Anklang finden wird. Es ist ein Kontrast zu den häufigen Kontroversen der Sass-Exes. Während Harry und Meghan wegen persönlicher Beschwerden in der Presse erscheinen, machen sich der Prinz und die Prinzessin von Wales durch wohltätige Zwecke einen Namen, und zwar solche mit echter globaler Bedeutung. Natürlich schwelt die Spannung zwischen den beiden Paaren schon seit Jahren, und die viel beachteten Wutanfälle des Sass-Exes haben nichts dazu beigetragen, sie zu lindern. Doch im typisch britischen Stil der untertriebenen Rache scheint die von William und Cate geplante Expansion über den Atlantik auf Harrys und Meghans Revier der ultimative Gegenzug zu sein. Sie spielen nicht dasselbe Spiel, sie spielen ein völlig anderes. Und es ist eines, dass die Welt wahrscheinlich daran erinnern wird, dass die Bedeutung der Monarchie nicht auf der Kippe steht, auch wenn Harry und Meghan versuchen, das Narrativ neu zu gestalten. Es wurde keine königliche Tour angekündigt und wir haben auch keine großen Ankündigungen amerikanischer Eskapaden gesehen. Doch die Grundlagen sind vorhanden. So funktioniert das Lager in Wales schließlich, methodisch, leise und mit einem Hauch von Unvermeidlichkeit. Ihr letzter Besuch in den USA, anlässlich des Earthshot Prize 2022, war ein Vorbote davon, eine sanfte Erinnerung daran, dass es den Windsors nicht nur um Pomp und Prunk geht, sie sind auf lange Sicht dabei. Jetzt, da ihre wohltätige Stiftung ihre Wurzeln in amerikanischem Boden schlägt, scheint es, als würden sie etwas mehr signalisieren, Amerika von den Sussexes zurückzuerobern. Letztendlich ist dies keine Kriegserklärung an die Sussexes. William und Karte suchen keinen Showdown. Aber ihre strategische Expansion ist eine subtile und, wenn ich das sagen darf, brillante Aussage für sich, wahre Könige müssen nicht nach Aufmerksamkeit schreien. Echte Royals müssen keine Beschwerden äußern oder Drama schüren. Sie existieren einfach und gebieten still und leise Respekt. Harry und Meghan haben vielleicht das Rampenlicht erobert, aber William und Karte werden ihnen zeigen, was es wirklich bedeutet, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein, keine Netflix-Dokuserie erforderlich.